Was ist Treppen? Treppen haben die Eigenart, dass man sie halt eben so bauen muss, dass der Tritt bzw. der Gang harmonisch ist. Man muss gucken, dass die Trittstufen entsprechend zu den Setzstufen sind, dass man einen harmonischen Übergang hat und natürlich auch die Optik. Wie mache ich die Treppenstufen, dass ich die Setzstufe vorstehen oder zurückspringen bzw. bündig setzen, dass es ein harmonisches Bild zum Rest der Wohnung gibt, denn so eine Treppe hat man die nächsten 40 Jahre drin und dann sollte es schon zur Optik vom Haus passen.